Willkommen zurück, eine neue Folge des Cities Skyline Meet, euer Mertakus. So, dann wollen wir mal. Ha, wir haben die 60.000 geknackt, juhu. Jetzt müssen wir nur noch Geld scheffeln und 75.000 knacken. Damit wir Steuern runtersetzen können. Denn steht unserem Hadron Collidier, tut mir leid, kann ich nicht aussprechen, Beschleuniger, äh, nichts mehr im Wege. Tü, 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 herstellung von Ruscha, wir müssen den Steuern namen sein, in der Stadt Ruscha, vor Ort und der Spitze. Genau. Öl. Öl braucht die Welt, dat machen wir jetzt. Wir holen uns Öl, wir holen uns Öl. Ölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölöl Genau, unter den Bahnschienen, in diesem Bereich. Hier eine Autobahn rum, weil wir wollen hier hinten auch noch was machen. Dann fangen wir erst mal eine Autobahn zu bauen. Autobahn. Warum was denn? Ey. Das ist blöd. Eine rechte Mauskaste, kann man die ja ein bisschen drehen. Hä? Hm. Ja. Ist aber einfach, sieht einfach aus, ne? Kriegen wir das hin? Ach, wir versuchen es einfach. So, wir hatten jetzt Öl hier, dann wird hier drin vorbeilaufen. Dann müssen wir uns mal kurz irgendwas hinsetzen. Ich will mal ein Baum merken. So. Gut. Und da drüber. Hm, 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 hm. Setzen wir ein bisschen höher, damit wir auch gleich schön über die Schiene kommen. So. So. So, das sind wir über die Bahnschienen. Jetzt müssen wir von da, hier oben ein langziehen. Und von da nach da ein langziehen. Und von hier nach da ein langziehen. Wie, warte mal. Die wollen da hin? Habe ich denn falsch gemacht, ne? Das ist jetzt Linksverkehr. Das ist blöd. Wir sind ja nicht in England. Was war der Scheiß? Wir sind ja nicht in Deutschland. So. Da müssen wir den haben. Hey. Das sieht scheiße aus. die die so da müssen wir da geht der verkehr darüber müssen wir jetzt ein höher so dann können die ja schon mal darauf fahren und darauf fahren jetzt geht es andersrum so und dann müssen wir von sind wir auf der Höhe dann gehen wir auch von dieser Höhe weiter dann müssen wir jetzt ein höher gehen da müssen wir noch ein höher gehen das wird jetzt das problem geben nee das ist blöd aus so so oh hmm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß es doch, dass der Ort belegt ist. Da sieht blöd aus. Hm, 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 hm. Dann müssen wir weiter rum. Und hier müssen wir hier saugen. Das geht, aber das geht nicht. Okay. Nicht schön. Aber was funktioniert, ne? Sie können in die Richtung und Sie können in die Richtung. Und von hier können Sie hier rauf, auch da können Sie da rauf. Gut. Geht's weiter. Ja, ähm, da müssen wir die Geraden machen. Dann mal, wir wollen darüber. Und hier, wir wollen. Okay. Und hier, wir wollen. was das da müssen wir jetzt hier kommt der bogen schon da müssen wir wieder näher ran drehen wir mal ein bisschen das verbinden war irgendwie hat das eigentlich irgendeinen sinn die hohe spannungsleitung ja die versorgt unser bereich dahin das heißt die brauchen war und ja also das ist die komplette ist hier eigentlich unsere spannungsleitung die wirklich hochspannung wir haben ganz industriegebiet gespannt vielleicht können ausprobieren können wir das darüber eine hohe spannungsleitung die unter einer autobahn führt ist möglich gut aber da müssen wir schon hier hoch gehen wir dahin ich glaube da haben wir was falsch gemacht darum hatten wir den knicks da drin dann müssen wir dann leider mit dem freihand ding arbeiten so nee da müssen wir weiter hier rüber hey das ist jetzt ist blöd das gefällt mir gar nicht wir müssen ja so leider bauen und da klingt da rastet er da ein dann gehen wir ein stückchen weiter rüber benni mikrofon aktiviert mikrofon muted so weiter geht's kleinen moment mal eben leute so ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt wenn ja wisst ihr jetzt wie ich heiße ist ja egal das ist das ist nicht schön das ändern war so ja das war's den ihr gerade da gehört habt das ist leandres den werdet ihr auch in dem nächsten projekt was sogar jetzt einen namen hat der aber noch nicht erzählt wird den werdet ihr sehen der wird mit mir zusammenbauen ja wird sehr interessant und wir sind jetzt hier fünf leute also es bleibt ein kleines gemütliches projekt und das sollte es ja auch so sein ich glaube da wird nichts das ist wirklich probleme er wird leider dieser knicks drin bleiben vielleicht kann ich es aber doch ändern wenn ich den teil weg mach nein wo bin ich da rangegangen ich geh da ran wo geht das jetzt nicht also was ist naja sieht besser aus als vorher gut hier wollen wir themäßig machen mhm so und dann ja komm nicht einrasten sonst raste ich aus gut dann bleiben wir gleich mal hier hinten das geht dann also warte mal welche Richtung geht denn hier was also da geht es dahin das heißt wir müssen hier rüber können wir vielleicht noch ein Stückchen tiefer sonst wäre das zu groß zu hoch doch höher oder muss ich doch nein ich glaube ich ich weiß woran es geht wenn ich das sieht aha warte mal doch da 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 es geht aber wir wollen nicht das krumm wir wollen hier das krumme ding haben das passt schon ja da wollen wir einen schönen bogen rein haben ja da müssen wir mal die straße erweitern beim pleite wenn ich pleite wenn ich pleite die ich bin ich bin ich bin ich nicht mehr money geht auch schon warum sagt ja ja schön lange ja und dann müssen wir auch noch von der und dann müssen wir auch noch mal die straße erweitern und dann müssen wir auch noch mal die straße erweitern dann sind wir auch noch da oben dann müssen wir runter nein das ist die falsche richtung ja ja so und jetzt müssen wir auch noch irgendwie da von hier nach da und von da nach da so hm hoffentlich können wir da unten drunter und dann da hinten wieder hoch ne das wird so sehr wie geht das ja ha ha haben wir da jetzt länger drin so aber da haben wir einen fehler gemacht Wir haben uns in eine Falsche Richtung gebaut. Der Ding sieht schön aus. Oh. Ich wollte die Folge eigentlich kürzer machen. Weil ich jetzt gerade hier so schön im Baubahn, im Baubahn, machen wir die gleich länger. Komm, unten drunter. Das muss auch noch weg. Oh, das ist bereits beritten. Was willst du? So. Und dann müssen wir nur noch von da nach da. Okay. Nee. So. Übernehmen sie dann alles das Autobahnkreuz. Hey, da fährt schon was. Juhu. So, ähm. Nein. Da braucht... Gucken, vielleicht kriegen wir das ja hier hin. Jetzt wäre er mittendrin. Und runter, und runter, und runter. Da. Hier wollen wir auch noch einen Bahnhof ansetzen. Aber jetzt müssen wir hier eine Verbindung wieder auf der Autobahn. Warte mal, wie war das denn jetzt? Die führt nach da, und die führt nach da. Das heißt, von hier brauchen wir eine Verbindung. Ich glaube, das war jetzt nicht so schön. Nicht so schlau. Die darauf führt. Hä? Vielleicht können wir... Warte mal, da ist ein Pfeiler. Ich seh dich. Edge-Bed. Blöder Pfeiler. Führen wir mal die Straße hier unten. Können wir nämlich von hier... Nee, das ist jetzt blöd mit der Eisenbahn, weil dann können wir die Straße von da oben nicht runterziehen. Also müssen wir das draußen warm auf uns und dort kriegen wir hören. Wo haben wir jetzt unsere Ressourcen? Da. Also kommt hier die Straße hin. Hast du auch da sind Pfeiler? Nicht bewegt. Naja, ich weiß. человек Freunde, hier ist der Ressourcen. Hmm... Das. Danke. Das... Was ist der Ressourcen. So viele werden hier hin. Das war denn? und sagt ganz einfaches autobahnkreuz mitten durchs ölgebiet gehen wir bis bis zu dem dicken baum merkt euch den dicken baum ich glaube die wachsen doch noch gibt es keine öl und hier zu bahnhof ich stehe nur bahnhof gewöhnen mit der streiteplätze mitten wir müssen das ein stückchen entfernen Nein. Und hier. Hoppa. Ah, bin ich gut. Oder bin ich gut? Naja, okay. So, ähm, dann haben wir es auch gleich geschafft. Ja, und ein Ausweich gleich, weil es kommen ja auch andere Züge. Die wollen wir ja hier durchlassen. Damit die nicht zu blöd warten müssen. So. Gut, das Ding hat kein Wasser, das Ding hat kein Strom. Was haben wir jetzt? Strom. Offshore. So. Den Grundstein haben wir schon mal gelegt. Ähm, wir haben eine neue Autobahn gebaut. Die. Vor der Frustschwale hier lang. Und nicht genutzt wird. Aber das kommt noch. Ähm, ich sag dann einfach mal. Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und unsere Stadt sieht doch schon mal geil aus. Also, bis denn. Tschüss, tschüss.